Hier präsentieren wir die 5 beste Eierkocher Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Russell Hobbs Eierkocher 14.048 56. Die Werkzeuge bestehen aus einer transparenten Abdeckung und auch einer bestimmten Tasse, mit der Sie die Wassermenge gezielt dosieren können. Das Steuerlicht signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist. Es ist ein Eierkessel mit einem automatisierten Verschluss. Dies geschieht spätestens nach 2 Stunden. Die Russell Hobbs können auseinandergenommen und schnell aufgeräumt werden. Die Oberfläche des Gadgets besteht aus hochwertigem, gekämmtem Edelstahl mit Kunststoffanwendungen. Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA-frei. Die Kollektion hat die Russell Hobbs 14.048 56. Kokom in Edelstahl schwarz mit einem abnehmbaren Eiertablett, 3 Schalen für die Passform zu binden Eier, eine Messtasse und die Bedienungsanleitung. Nummer 4. WMF Küchenminis 2 Eierkocher Der Mini-Eikessel eignet sich für Eier aus den Maßen S bis XL. Mit Hilfe des eingebauten Messbechers ist es einfach, die richtige Menge Wasser für die Dimension der Eier sowie den gewünschten Feststoffgrad zu dosieren. So schnell sich alles auf den Dienst vorbereitet, ein akustisches Signal geräuscht, bis danach, wenn Sie es wünschen, können Sie die Vorbereitungsarbeit dank der transparenten Kapuze sehen. Im Vergleich zu anderen Modellen desselben Herstellers bietet der WMF 415.020.011 Küchenminis Flächeneinsparungen von 70%, Ressourceneinsparungen von 44% und Energieeinsparungen von 30%, und das alles bei voller Leistung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. WMF Stelio Eierkocher Edelstahl Das edelige Werkzeug bietet Platz für bis zu 7 Eier, die Sie gleichzeitig zubereiten können. Die Leistung des Eierkessels beträgt 380 Watt. Damit Sie ständig jede Kleinigkeit im Griff haben, gibt es einen aufgehellten Ein-Aus-Knopf- sowie einen Signalton, der Sie am Ende des Kochens darüber benackt, dass Ihre Eier zum Verzehr bereit sind. Die Haube aus gekämmtem Chromargan sowie die Edelstahlheizschale sind typisch für die hochwertige Verarbeitung. Dank Überheizungsabwehr besteht keine Gefahr, wenn Sie versehentlich den Eizentralheizungskessel aktiviert lassen. Der vernünftige Kabelfernsehrückspulen ist ein weiteres Plus an Komfort. Nummer 2. Severin Eierkocher EK 3056. Ob für ein Einzelhaus, ein Paar oder eine kleine Familie, dieser Eierzentralheizungskessel von Severin kann überall eingesetzt werden. Es dampft Sie so viel wie 6 Eier zur gleichen Zeit und auch, dank der Messbecher, kann leicht mit Wasser geladen werden. Stellen Sie Ihren bevorzugten Grad an Festigkeit sowie Zurücklehnen, der Signalton benachrichtigt Sie, wenn die Zubereitungszeit des Lebensmittels mehr als Der Severin Eierkessel ist sicher zu nutzen, ohne sich Sorgen um das Schmelzen machen zu müssen. Während das Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff gefertigt ist, sorgt der seitlich Eierrussen außerhalb der Dampfzone positionierte Deckelgriff für einen hohen Gebrauchskomfort. Der Eizentralheizungskessel kann schnell mit warmem Wasser sowie einem feuchten Gewebe gereinigt werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Arendo Eierkocher Edelstahl. Ob morgen Mahlzeiteier für die ganze Familie oder einfach nur dazwischen, mit diesem Eierofen werden Sie es zu schätzen wissen, sie zuzubereiten. Sie können bis zu 6 Eier gleichzeitig in das Gadget legen und sie anschließend nach Ihren Träumen entwickeln und dabei die unabhängig einstellbaren Härtegrade nutzen. Ob weich, Werkzeug oder hart, Sie wählen. Der Eierkessel hat eine Leistung von 400 Watt. Die Überhitzungssicherheit garantiert ein hohes Maß an Sicherheit während des Einsatzes. Die Wärmefunktion für hart gekochte Eier ist besonders nützlich, um sicherzustellen, dass Sie sie nicht unbedingt schnell essen müssen. Nachdem die Zubereitung der Speisen voll ist, werden sie durch ein akustisches Signal erzogen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.